Ich bin gespawnt. Ihr auch? Ja, cool. Hammer. Hammer. Ja, er drückt sich wieder ein Magazin nach dem anderen rein. Och, ich habe keine Marker mitgenommen. Soll ich? Ja, fuck ich auch nicht. Ernsthaft? Ja, Mann. Nee, Schwäbisch. Ich kann doch nicht jeden Akzent, Mensch. Das muss ja gut rüberkommen. Ich kann ja nur die Akzente sprechen, die ich sprechen kann. Und das ist jetzt Hamburgerschnack. Und nein, da wird auch nicht gewechselt dazwischendrin. Das ist jetzt so. Sondern freiwillig. Natürlich freiwillig. Da verstehe ich die Konsequenz gar nicht. Kann ja nicht sein, dass du hier Ansprüche stellst oder was? Du hast einen Knopf gedrückt und denkst, ich tanze nach deiner Pfeife? Ja, zum gewissen Teil stimmt das auch, ne? Aber nicht zu 100%, ne? Ich bin ja keine... Also hier, ich wollte gerade böse Worte sagen, aber sag ich nicht, ne? Gerne doch, Alex, du. Ich sag's dir. Aber ich habe da gute Buttons. Sag ich euch, wie es ist, ne? Sag ich euch, wie es ist. Da habe ich ein paar Button hinzugefügt, damit ihr ein bisschen Spaß habt, ne? Nicht nur mit den Sounds. Da habe ich auch noch hinzugefügt. Die funktionieren jetzt, auch die anderen zum Klicken da. Für Bitcoins oder direkt über Kanalpunkte. Die gehen auch die Sounds, ne? Also da braucht ihr euch keine Sorgen mehr machen. Das funktioniert. War der schneller, wie die Scavs da waren, oder was? Weiß ich nicht. Ist ein toter... Was ist das? Ein Spieler. Oh Gott, ich sterb doch gleich. Hä? Oh, das ist drü... Was machst du? Die Junge! Okay, ich komme. Check mal das Doktick nach dem Killer, aber Senni erklärt schon, echt, ja. Ne? Ne? Ne andere Spieler hat ihn getötet. Ey, ob TTV. Aber der kann ja auch noch tot da vorne irgendwo rumliegen gerade. Ja, bist du sicher, dass er jetzt nicht auf dich geschossen hat, der andere Spieler? Da... Da haben... Es gab's... Also das war definitiv... Lanitar, glaube ich. Och, ich komme jetzt hier schon wieder nicht rüber, oder was? Doch. Ich check jetzt kurz hier die Ecke nicht, dass einer die ganze Zeit auf mich anvisiert. Oh, Munitionsverschwendung. Ich hab'n Spieler. Du hast ihn? Hier lag einer. Hier lag tatsächlich einer fucking... Wie man's weiß. Ob der nicht auf dich geschossen hat? Ist auch möglich. Ich gucke gleich, wie er heißt. Weil ich seh' da unten... nichts. M700. Ey, Job. Ja, ja. Der hat hier abgecampt. 51er. Und hat den einen Typen auch gekillt. Aber ich versteh' nicht, warum er nicht vorher auf mich geschossen hat. Will er mir erzählen? Er hat mich nicht gehört, oder? Ein Headshot. Nach 75 Treffern. Ein Headshot. Ich hab' auch schon Angst gehabt, dass mein 30er Magazin gleich leer ist. Hinter mir kommt was. Geht einer von euch bei mir? Nein. Ich bin aber noch richtig weit entfernt. Ich bin auf dem Mittenhügel. Brauchst du Hilfe? Ja. Fall zurück zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Er läuft nach unten Richtung Straße. Okay. Sollen wir den pushen? Er hat sich verbunden und ist dabei weggelaufen. War das deine, Nate, oder seine? Ich pushe links neben dir. Meine, 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 meine. Ich hab' auch noch eine geworfen. Ich geh' links runter Richtung... Am Pank ist einer. Am unten am... Am was? Am Fuel-Panzer-Dingsee da unten. Ich weiß nicht, ob das der war. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wo der hin ist, der andere. Der war ja hier oben und ist hier runter. Entweder sitzt er hier, was er nicht tut, oder es war wirklich der, den ich gerade noch gekillt hab bei uns. Ich kann dir sagen, wenn ich ihn sehe, ob er es war. Also ich hab's jetzt gerade nicht gesehen, weil du den ausgezogen hast, aber ich glaube, das war der... Der andere war ein Scaf. Ne, der hat nur eine Scaf-Mütze aufgehabt, eine Found-In-Raid-Mütze. Also meiner hat nur ich den Helm aufgehabt, den ich gesehen hatte. Ja, meiner auch, aber das waren ganz normal LZSH oder so. Ja, den haben wir hier nicht, dann ist das nicht der Typ hier. Dann ist der nach vorne weiter weg, in die Richtung, in die er wahrscheinlich wollte. Ja. Wo ist Diablo? Diablo kommt jetzt da. Ja, okay, wenn Diablo aus der Richtung kommt. Deswegen hatte ich ja eigentlich gedacht, ich hab das... Oh! Ey! Komm her. Ganz oben drauf. Ja. Und der tötet mich. Scheiße! Bist du rechts vorm Baum? Ich bin noch hinterm Zaun. Ich seh dich. Wo war er denn? Rechts vorm Berg, oder das? Links an der Kante. Also er war mittig da an den Stein. Ja. Und ich war links. Ja, hab ihn angeschossen. Ich seh ihn nicht. Boah, Alter. Push ihn bitte, push ihn bitte. Hab ihn. Nice. Komm hoch. Du lebst noch? Ja. Heavybleed heilen und so. Ja, ja. Du bist am Schreien hier, ne? Ja. Lootet du den Bäumerl fertig? Was hat der für ne Moon? Die sechsten? Ah, das ist der mit dem 6-47. Das ist der, den wir am Anfang gesehen haben. Wer ist das? Das ist Diablo. Ich liege vor dir. Achso. Ich muss kurz auf den Rucksack zu übergehen. Wo ist der denn jetzt hingekollert? Warte, dann hab ich auch hier komisch. Hä? Ich hab meinen hier weggeschmissen. Äh, am Pier. Unten am, am Wasser. Spieler. Was, am Wasser? Alter. Er ist bei den, ähm, bei den Umkleiden. Zwischen den Umkleidekabinen. Oh, der, der hat mir ins Bein geschossen. Und ich hab keinen Dings. Oh, ich bin in Deckung. Hab ihn. Hab ihn. Nice, danke. Ich hab mir beide, Beine weggeschossen, der Sack. Ich kann ihn die ganze Zeit an der Schläge hoch, runter sucht seinen Scheiß Rucksack und der Typ rennt an die vorbei. Nein. Versuch jetzt meinen Scheiß. Wenn du es zu mir vorschaffst, kannst du mein, äh, Handwerk haben. Warte, ich muss ja, mein Rucksack muss ja hier unten sind. Das ist ja, ist ja, ist ja, ist ja lächerlich, langsam. Ich hab ihn hier gedroppt. Hier über der gleiche direkt. Oh, ich hab ihn, ich seh'n. Was geht? Mein Gott, der liegt ein fetter Scheiße in ihm drin. Ja, ich kann... Meine Güte, ich hab die hier, guck dir das an, da guck... Er steckt ihn mir in den Arsch und dann sucht er ihn. Was bist du denn für einer? Oh mein Gott. Scheiße, Alter. Ganz entspannt, schlendere ich hier zu den Gleisen. Kein Problem. Oh, Zug hat die Verspätung. Ich hab da eigentlich gehofft, dass die Spieler da, oder irgendein Spieler noch da ist. Der da eben so Krawall gemacht hat kurz. Da vorne ist was. Ist tot. 0,30. Okay. Aber wie war der das mit der Vector? Scheiße. Ich hab hier noch einen Spieler. Du bist voll am Arsch, der Ende der Welt, Diablo. Du bist voll am Arsch, der Ende der Welt, Diablo. Hauernspieler. Quest fertig. 39. Hauernspieler. Hauernspieler. Level 24. Mensch, die Kills waren jetzt irgendwie spektakulär und unspektakulär zugleich. Naja, die drei Kills hab ich gemacht. Würde ich sagen Tasche packen. Und dann ist Schluss für heute. Besser wird's nicht. Ich hatte recht. Auf Wiedersehen, das wäre jetzt schneller. Wann Pleine. Wir gehen los. Ging, St. Wannes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.